Aus meiner Sicht ist heute etwas eminent Wichtiges passiert. Wir erleben eine Umwälzung, die sich heute das erste Mal ganz konkret an den Märkten auch manifestiert hat. Es geht um den Absturz von Google und ich will mal einen Vergleich ziehen. Damals Jahrtausendwende, der Internet-Hype, die Älteren werden sich daran noch erinnern. Damals stieg ja alles in den Himmel, was irgendwie nach Internet klang, wo Internet drauf stand. Wow, Internet ist das neue große Ding. Also jede Firma wurde nach oben gejazzt, viele tausend Prozent Anstiege etc. Dann aber stellte sich raus, dass nur ganz wenige Firmen wirklich überleben. Und diejenigen sind dann die großen Profiteure, die überleben. Alle anderen gehen den Jordan bergab und sind dann faktisch tot. Und heute hat es mit Google einen echten Giganten des Internets erwischt, dessen Geschäftsmodell jetzt durchaus in Frage steht. All das ist jetzt nicht fürchterlich neu nach dem Aufkommen Ende November von JetGPT. Am 22. November, dieses Datum wird man sich wahrscheinlich lange merken. Jedenfalls ist natürlich dann die Hoffnung, dass viele Unternehmen viele Super-KIs an den Start bringen. Wir haben gesehen, dass Baidu massiv gestiegen ist, Alibaba massiv gestiegen ist, weil die eben auch sagen, ja wir sind dabei jetzt eine KI zu veröffentlichen. Aber es wird bei den KIs eben auch so sein wie damals beim Internet. Es werden nur die wenigsten überleben und die, die überleben, sind wieder die großen Profiteure. Die anderen gehen über den Jordan. Und das ist jetzt ein schwarzer Schwan, könnte man sagen. Denn wir haben es mit Google ja nicht mit einer Klitsche zu tun, so wie damals im Internet-Hype. Da waren ja irgendwelche Klitschen aus dem Nichts entstanden, die nur heiße Luft und viele Versprechungen gemacht haben. Google hat ein funktionierendes, bisher monopolartig funktionierendes Geschäftsmodell. Und was ist da heute passiert? Da wurde nämlich BART, so heißt diese KI, die heute vorgestellt wurde von Google, wurde gefragt, naja, über dieses James-Webb-Space-Teleskop. Und dann hat BART gesagt, ja, also dieses James-Webb-Teleskop, das hat einen bestimmten Planeten außerhalb des Sonnensystems entdeckt. Aber das war die falsche Antwort, denn es war ein anderes Teleskop. Es war also unrichtig, komplett falsch, was diese KI gesagt hat. Und dann hat Google in einem Statement gesagt, ja, das zeigt, dass man diese Dinge wirklich kontrollieren muss. Die Folge jedenfalls ist, dass der Google-Kurs massiv abschmiert. Wir sehen es hier, 7,5, 8 Prozent minus das Versagende dieser BART-KI, könnte man sagen. Und das drückt natürlich den gesamten Nasdaq dann mitten nach unten. Denn Google ist bekanntlich ein Schwergewicht. Und hier sehen wir ja, dass andere Aktien, Buzzfeed zum Beispiel, ein Journalisten, ein Medium sozusagen, wo die Hoffnung ist oder die Anleger die Hoffnung einpreisen, dass die gar keine Mitarbeiter, keine Journalisten mehr brauchen, sondern einfach nur noch die KI hier laufen lassen werden. So einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Hat aber nichts daran geändert, dass solche Kurse sich verdreifacht, vervierfacht haben. Auch andere Unternehmen, hier ein paar Charts dieser KI-Wunder. Auch da wird es eine massive herbe Auslese gegeben. Aber entscheidend ist, dass Google eben jetzt keine Klitsche ist, wie gesagt, sondern mal eben eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billion Dollar um und bei auf die Waage bringt. Und hier schreibt Zero Hatch sarkastisch Google minus 8 Prozent, weil jeder jetzt plötzlich Bing nutzen würde. Und weiter, wir wollten eigentlich einen Artikel mit JetGPT über den Crash von Google schreiben, aber JetGPT ist jetzt überlastet. Also da wird natürlich viel Spott ausgeschüttet. Und das macht auch Microsoft, die ja da durchaus einen Fuß in der Tür haben. Da sagt Nadella, der Microsoft-Chef, von jetzt an werden sozusagen die Gewinne, die man mit einer Suchmaschine erzielen kann, mit einer reinen Text-Suchmaschine. Wir haben es mit JetGPT ja zum Beispiel mit einer Antwortmaschine zu tun. Also eine Frage, eine Antwort. Wenn ich bei Google etwas eingebe oder auch bei Bing, dann kriege ich ja tausende an Auswahlmöglichkeiten und hoffe, dass die besten ganz oben sind, dass ich mich nicht da durchwurschteln muss. Jedenfalls sehen wir natürlich einen beschleunigten Wettbewerb jetzt. Die Dynamisierung ist gigantisch, als JetGPT aufkam. Ende November sind plötzlich die Entwicklungen überschlagen sich. Und das ist natürlich nicht so richtig gut, was heute passiert ist für den Aktienkurs von Google. Hier sehen wir, das Unternehmen schmiert ab. Vorher nochmal der Fake-Ausbruch mit den Zahlen von Google, die ja ohnehin schon schlecht waren. Umsatz und Gewinn, beides enttäuschend. Dennoch ist die Aktie dann zwischenzeitlich weiter gestiegen. Typisch für diesen Markt, wo ja alles steigt, was schlechte Zahlen bringt. Das ist das Muster jetzt gewesen, unter anderem Apple. Und diese Euphorie ist schlichtweg greifbar. Aber kommen wir jetzt nochmal zu diesem FED-Thema, das natürlich übergeordnet auch wichtig ist, neben dieser ganzen Geschichte mit Google, die heute sicherlich das dominante Motiv war. Aber schauen wir uns nochmal an, was Paul eigentlich gesagt hat, beziehungsweise trennen einmal zwischen dem, was er sagt, was die FED tun wird und dem, wie er die Lage einschätzt. Gesagt hat er und meint er, so schätzt er die Lage ein, dass die Disinflation jetzt begonnen hat, aber noch ein langer Weg ist. Dann sagt er, Handlung wieder, weitere Zinsschritte sind notwendig. Dann denkt er, interpretiert er, es kann einige Jahre dauern bis zu 2% Inflation. Es könnte auch Jahre dauern, bis man die Bilanzsumme runtergeschossen hat. Aber insgesamt, wenn wir mal diese Trennung machen zwischen, naja, wir werden die Zinsen weiter anheben, wir werden die Bilanzsumme reduzieren. Das sind Fakten, das sind harte Fakten, das andere sind weiche Fakten. Und Disinflation hat begonnen. Also so fürchterlich hockisch war es jetzt, so doffisch war es jetzt dann Arsch wieder nett, wie man in Bayern sagt. Das ist praktisch doch eine gewisse Interpretation der Märkte, auch wenn die natürlich Paul durch seinen Duktus, durch seine Herangehensweise, durch die Tonlage durchaus gefördert hat. Jetzt sagt Ipek Oskardeskaya, die wirklich eine gute Analystin ist, hier über Bloomberg. Naja, wir sehen jetzt, dass die Märkte sich sehr, sehr stark auf das wieder mal fokussiert haben, was sie hören wollten. Aber das, was sie nicht hören wollten, nämlich, dass wenn die Daten weiter stark reinkommen, Arbeitsmarkt oder Hochreinkommen Inflation, dass dann die FED eben deutlich mehr auch machen müsse. Das hat man ein bisschen ausgeblendet. Hier sehen wir mal die Financial Conditions beim Financial Conditions Bloomberg Index. Es gibt zwei, Goldman Sachs und Bloomberg. Hier Bloomberg. Wir sehen, wie stark sich diese Financial Conditions inzwischen gelockert haben. Paul hat ja das Gegenteil behauptet. Mike Guy jetzt sagt hier, jedes bärische Narrativ wurde jetzt kaputt geschossen, melt up. Dann glaubt jeder, der Bärenmarkt ist vorbei. Und dann gibt es ein Credit Event oder eben ein anderes Event. Vielleicht ist Google ein solches Event. Denn es ist ja durchaus vorstellbar, dass es nicht nur Google trifft. Wenn wirklich diese KIs oder einige wenige KIs ihren Siegeszug antreten, werden andere Sachen komplett überflüssig, werden Geschäftsmodelle überflüssig. Die gibt es dann schlichtweg nicht mehr. Dafür brauche ich nicht Tausende von Menschen. Die können so erledigt werden wahrscheinlich. Hier nochmal zurück zu dem Financial Conditions Index. Hier von Goldman Sachs. Keine Frage, das ist zwar rigider jetzt als noch im Jahr 2021, aber die Finanzkonditionen haben sich deutlich gelockert. Dennoch, und das zeigt, dass die Aktienmärkte da sehr eigensinnig sind, was die Interpretation von Paul betrifft. Wir sehen, dass die Terminal Rate, also das, was der Gipfelpunkt angenommen wird, der von den Fed Fund Futures eingepreist wird, jetzt auf ein neues Hoch gestiegen ist. Das ist höher als im Oktober 2022, als die Aktienmärkte ja ihr Tief erreicht haben. Und wenn wir uns die Fed Fund Futures weiter mal anschauen, dann sehen wir, die Märkte gingen davon aus, dass es zwei Zinssenkungen noch in 2023 geben wird. Die zweite ist jetzt ausgepreist worden. Und die erste Zinssenkung ist verschoben worden, was die Fed Fund Futures einpreisen, von September auf Dezember. Eigentlich eine ganz klare, hawkische, tektonische Bewegung, die wir da sehen. Aber die Aktienmärkte haben sich gesagt, das interessiert uns nicht. Und dann kamen heute noch Fed Speaker Williams, New York Fed-Chef, der gesagt hat, wir müssen eine restriktive Geldpolitik für Jahre machen, also nicht nur 2, 3, 20. Und der sagt auch, ja klar, werden wir wahrscheinlich die Zinsen, wenn die Daten es erlauben, nur jetzt schrittweise anheben um 0,25. Aber wir werden eben das tun. Und dann guckt die, beim Bord der Fed, die sagte ja, die Inflation hat sich zwar ein bisschen abgeschwächt, aber sie ist immer noch exzessiv. Und wir werden aufgrund des starken Arbeitsmarkts eine andauernd hohe Inflation haben. Also das ist sehr, sehr hawkisch, was da passiert ist. Das führt dazu, dass auch ich sehr bullish bin für Anleiherenditen. Hier sehen wir mal eine 10-jährige US-Staatsanleihenrendite. Heute mit 3,692 Prozent auf dem höchsten Stand seit einem Monat. Auch die Stochastik unten dreht nach oben. Das riecht nach steigenden Renditen. Es riecht nach steigendem Dollar. Deswegen bin ich wieder Euro-Dollar-Short. Aber sei es drum. Hier sehen wir auch mal, dass Inflation natürlich etwas ist, was nicht immer ganz geradlinig funktioniert. Wir sehen etwa, dass jetzt unter einem Benzinpreis wieder gestiegen sind in den USA. Wir sehen, dass die Gebrauchtwagenpreise gestiegen sind. Zwei Monate jetzt in Folge. Aber vor allem ist es auch so, wenn zum Beispiel man einen Kredit bekommt, einen Auto-Loan, so sehen wir, dass da auch die Zinssätze deutlich nach oben gehen. Auch das ist sozusagen dann ein Faktor, der eine große Rolle spielt für einen Gebrauchtwagen. Jetzt 10,5 Prozent. Das ist ein richtiger Schnaps. Und wenn wir uns mal die globalen Input- und Outputpreise anschauen, dann sehen wir vor allem, dass die Inputpreise wieder deutlich steigen, die Outputpreise ganz leicht steigen. Also Inflation ist jetzt nicht linear, dann alles wieder nach unten, sondern das geht durchaus in Wellen. Aber die Märkte preisen eben ein, dass wir praktisch das Inflationsthema schon abgehakt haben, weil eben Inflation wie ein Stein fällt. Hier sehen wir die amerikanische Wirtschaft, wie sie komplett abstürzt. Und dann sagt aber, naja, das Gute daran ist, dass wir wahrscheinlich den Boden erreicht haben. Sehr schönes Cartoon, wie ich finde. 50 Prozent der Amerikaner übrigens sagen jetzt, dass ihre Finanzsituation schlechter ist als ein Jahr zuvor. Das ist der höchste Wert seit 2009. Dennoch kriegen wir bullische Sell-Seite-Analysen, etwa von der Bank of America, die sagen, ja, wir haben jetzt so viele Parameter wie RSI, 14 Wochen RSI und da über Widerstand und so weiter. Aber dementsprechend, das sei ja bei alles anders als bei bisherigen Bärenmarkt-Rallys gewesen. Also Bank of America sagt, ist keine Bärenmarkt-Rally. Wenn wir uns aber das Geschehen jetzt mal anschauen und vergleichen, was seit Mitte Oktober bis jetzt passiert ist und zwischen Juni und August 2022 passiert ist, dann sehen wir, dass wir damals sogar noch ein Tickchen mehr gestiegen sind, nämlich 17,4 Prozent. Jetzt sind wir so bei 16,8 Prozent. Aber damals war vor allem die Marktbreite noch deutlich größer als jetzt. Hier sehen wir das in der unteren Grafik oder in dieser, was ist die so rasch oder gelbe, weiß ich jetzt nicht, ist ja wurscht. Jedenfalls damals die Marktbreite sehr, sehr hoch, höher als jetzt. Ein interessanter Fakt, meine Damen und Herren. Ich habe heute eine kleine Konversation mit Simon Betschinger gehabt, den ich an sich durchaus schätze. Aber der meinte, wir erleben die wohl am meisten gehasste Bullenmarkt der Börsengeschichte. Sehr selten wurden so viele Bären auf dem falschen Fuß erwischt. Sie erkannten nicht, alles lag an China. China im Lockdown, Inflation hoch, China auf und Inflation niedrig. Da habe ich gesagt, nee Simon, das sehe ich mal anders. Denn China ist der mit Abstand größte Importeur von Rohstoffen etwa. Und wenn China sich öffnet, entsteht Nachfrage nach diesen Rohstoffen. Die Rohstoffe werden teurer, siehe Kupfer. Und das hat der Simon vielleicht ein bisschen falsch verstanden, möchte ich ja mal sagen. Wir sehen zum Beispiel, Nummer 1, Rohöl muss China importieren. Kohle muss man importieren, obwohl man selber Kohle hat. Aber wir haben jetzt gesehen, dass man zum Beispiel den Bann australischer Kohle aufgehoben hat, weil man schlichtweg die Geschichten braucht, weil man sonst das nicht schafft mit diesem immensen Energiebedarf, den dieses Land hat. Auch Gold-Eisenerz wird importiert bei The Way. Und interessant, heute ein Bericht des Pulitzer-Preisträgers, also nicht irgendwer, Seymour Hersh, in der gesagt hat, Nord Stream 2, das waren jetzt die Amerikaner. Jetzt hat das Weiße Haus gesagt, nein, nein, das waren wir nicht, das geht ja gar nicht. Wir springen ja da kein Nord Stream 2 in die Luft. Was würden denn die Deutschen sagen? Nichts wäre meine Vermutung. Es wäre erstaunlich still um diese Ermittlungen. Man hört gar nichts. Also wenn es der Russe gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich Kenntnis, würde ich ja mal vermuten. Schrecklich, es passiert allerdings in der Türkei mit diesen Erdbeeten, diesen vielen Toten. Heute, die türkische Börse hat den Handel eingestellt, nachdem der Leitindex in Istanbul 35 Milliarden Dollar in wenigen Tagen an Marktkapitalisierung verloren hat. Das Ganze soll wieder losgehen am 15. Februar, also in einer Woche. Das ist wirklich ein schwerer, schwerer Schlag. Abschließend noch zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Was wir derzeit sehen, und das ist mein Reden, eine Junk Rally, das Risiko nimmt zu. Es ist ein perverser Trend. Je schlechter die Zahlen eines Unternehmens und mehr steigt es, die ganzen Crash-Werte steigen. Siehe heute Carvana zum Beispiel, ein de facto insolventer Autoverleiher, der heute mal wieder 27% gestiegen ist. Das erste Empfehlung und zweite Empfehlung, das Big Picture mit dem sogenannten Zinsparadox. Je höher die Zinsen steigen, umso niedriger sind die langfristigen Zinsen, die in den Anleihenmärkten bepreist werden. Also diese zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Und denken Sie mal drüber nach, über diesen Game Changer, über diesen Vergleich mit dem Internet-Hype. Nur wenige überleben. Die, die überleben, werden das große Ding machen. Die anderen gehen über den Jordan. Und das könnte, dürfte vielleicht so etwas werden, wie damals beim Platzen der Internetblase. Wir werden es sehen. Ich sage Servus und Ciao.